Traktat vom Steppenwolf Nur für Verrückte Mit sich und seinem Leben zufrieden zu sein Dies konnte er nicht Er war ein unzufriedener Mensch Das kam wahrscheinlich daher Dass er im Grunde seines Herzens jederzeit wusste Oder zu wissen glaubte Dass er eigentlich gar kein Mensch Sondern ein Wolf aus der Steppe sei Es mögen sich kluge Menschen Darüber streiten, ob er nun wirklich ein Wolf war Ob er einmal Vielleicht schon vor seiner Geburt Aus einem Wolf in einen Menschen verzaubert worden war Oder Ob er als Mensch geboren Aber mit der Seele eines Steppenwolfes begabt Und von ihr besessen war Oder aber Ob dieser Glaube, dass er eigentlich ein Wolf sei Bloß eine Einbildung Oder Krankheit von ihm war Zum Beispiel wäre es ja möglich Dass dieser Mensch etwa in seiner Kindheit Wild und unbändig und unordentlich war Dass seine Erzieher versucht hatten Die Bestie in ihm tot zu kriegen Und ihm gerade dadurch die Einbildung Und den Glauben schufen Dass er in der Tat eigentlich eine Bestie sei Nur mit einem dünnen Überzug Von Erziehung und Menschentum darüber Man könnte hierüber lang und unterhalten Sprechen und sogar Bücher darüber schreiben Dem Steppenwolf aber wäre damit nicht gedient Denn für ihn war es ganz einerlei Ob der Wolf in ihn hineingehext oder geprügelt Oder aber nur eine Einbildung seiner Seele sei Was andere darüber denken mochten Doch was er selbst darüber denken mochte Das war für ihn nichts wert Das holte den Wolf doch nicht aus ihm heraus Der Steppenwolf hatte also zwei Naturen Eine menschliche und eine wölfische Dies war sein Schicksal Und es mag wohl sein, dass die Schicksal Kein so besonderes und seltenes war Es sollen schon viele Menschen gesehen worden sein Welche viel vom Hund oder vom Fuchs Vom Fisch oder von der Schlange in sich hatten Ohne dass sie darum besondere Schwierigkeiten gehabt hätten Bei diesen Menschen lebte eben der Mensch und der Fuchs Der Mensch und der Fisch Nebeneinander her Und keiner tat dem anderen weh Einer half sogar dem anderen Und in manchem Manne, der es weit gebracht hat Und beneidet wird War es mehr der Fuchs oder Affe Als der Mensch, der sein Glück gemacht hatte Dies ist ja jedermann bekannt Bei Harry hingegen war es anders In ihm liefen Mensch und Wolf nicht nebeneinander her Und noch viel weniger halfen sie einander Sondern sie lagen in ständiger Todfeindschaft gegeneinander Und einer lebte dem anderen lediglich zu Leide Und wenn zwei in einem Blut und einer Seele Miteinander Todfeind sind Dann ist das ein übles Leben Nun, jeder hat sein Los Und leicht ist keines Bei unserem Steppenwolf nun war es so Dass er in seinem Gefühl Zwar bald als Wolf, bald als Mensch lebte Wie es bei allen Mischwesen der Fall ist Dass aber, wenn er Wolf war Der Mensch in ihm stets zuschauend Urteilend und richtend auf der Lauer lag Und in den Zeiten, wo er Mensch war Tat der Wolf ebenso Zum Beispiel, wenn Harry als Mensch Einen schönen Gedanken hatte Eine feine, edle Empfindung fühlte Oder eine sogenannte gute Tat verrichtete Dann bläckte der Wolf in ihm die Zähne und lachte Und zeigte ihm mit blutigem Hohn Wie lächerlich dieses ganze edle Theater Einem Steppentier zu Gesicht stehe Einem Wolf, der ja in seinem Herzen Ganz genau darüber Bescheid wusste Was ihm behage Nämlich einsam durch Steppen zu traben Zuweilen Blut zu saufen Oder eine Wölfin zu jagen Und vom Wolf aus gesehen Wurde dann jede menschliche Handlung Schauerlich komisch und verliegen Dumm und eitel Aber ganz ebenso war es Wenn Harry sich als Wolf fühlte und benahm Wenn er anderen die Zähne zeigte Wenn er Hass und Todfeindschaft Gegen alle Menschen Und ihre verlogenen und entarteten Manieren und Sitten fühlte Dann nämlich lag das Menschenteil In ihm auf der Lauer Beobachtete den Wolf So war dies mit dem Steppenwolf Beschaffen und man kann sich vorstellen Dass Harry nicht gerade ein angenehmes Und glückliches Leben hatte Doch soll damit nicht gesagt sein Dass er in ganz besonderem Maße Unglücklich gewesen sei Obwohl es ihm selber allerdings so erschien Wie denn jeder Mensch Die ihm zufallenden Leiden für die Größten hält Man sollte das von keinem Menschen sagen Auch wer keinen Wolf in sich hat Braucht darum nicht glücklich zu sein Und auch das unglücklichste Leben Hat seine Sonnenstunden Und seine kleinen Glücksblumen Zwischen dem Sand und Gestein So war es denn auch bei dem Steppenwolf Er war meistens sehr unglücklich Das ist nicht zu leugnen Und unglücklich konnte er auch andere machen Nämlich wenn er sie liebte und sie ihn Denn alle die ihn lieb gewannen Sahen immer nur die eine Seite in ihm Manche liebten ihn als einen feinen Klugen und eigenartigen Menschen Und waren dann entsetzt und enttäuscht Wenn sie plötzlich den Wolf in ihm entdecken mussten Und das mussten sie Denn Harry wollte wie jedes Wesen Als Ganzes geliebt werden Und konnte darum gerade vor denen An deren Liebe ihm viel gelegen war Den Wolf nicht verbergen und weg lügen Es gab aber auch solche Die gerade den Wolf in ihm liebten Gerade das Freie, Wilde, Unzähmbare, Gefährliche und Starke Und diesen wieder war es dann außerordentlich enttäuschend Und jämmerlich Wenn plötzlich der wilde, böse Wolf Auch noch ein Mensch war Auch noch Sehnsucht nach Güte Und Zartheit in sich hatte Auch noch Mozart hören Verse lesen Und Menschheitsideale haben wollte Gerade diese waren meistens besonders enttäuscht Und böse Und so brachte der Steppenwolf Seine eigene Doppelheit und Zwiespältigkeit Auch in alle fremden Schicksale hinein Die er berührte Wer nun aber meint Den Steppenwolf zu kennen Und sein klägliches, zerrissenes Leben Sich vorstellen zu können Der ist dennerem Irrtum Er weiß noch lange nicht alles Er weiß nicht, dass es Wie keine Regel oder Ausnahme Und wie ein einziger Sünder Unter Umständen Gott lieber ist Als 99 Gerechte Dass es bei Harry immerhin Auch Ausnahmen und Glücksfälle gab Dass er zuweilen den Wolf Zuweilen den Menschen Auch rein und ungestört In sich atmen, denken und fühlen konnte Ja, dass beide manchmal In sehr seltenen Stunden Frieden schlossen Und einander zu Liebe lebten Dass nicht bloß der eine schlief Während der andere wachte Sondern beideinander stärkte Und jeder den anderen verdoppelte Auch im Leben dieses Mannes Schien wie überall in der Welt Zuweilen alles Gewohnte, Alltägliche Erkannt und regelmäßige Bloß den Zweck zu haben Hier und da eine sekundenkurze Pause Zu erleben, durchbrochen zu werden Und dem Außerordentlichen Dem Wunder der Gnade Platz zu machen Ob nun diese kurzen, seltenen Glückstunden Das schlimme Los des Steppenwolfes Ausglichen und milderten So dass Glück und Leid Sich schließlich die Waage hielten Oder ob vielleicht sogar Das kurze, aber starke Glück Jener wenigen Stunden Alles Leid aufsog Und ein Plus ergab Das ist nun wieder eine Frage Über welche müßige Leute Nach Belieben brüten mögen Auch der Wolf Brütete oft darüber Und das waren seine müßigen Und unnützen Tage Hierzu muss eines noch gesagt werden Es gibt ziemlich viele Menschen Von ähnlicher Art Wie Harry einer war Viele Künstler namentlich Gehören dieser Art an Diese Menschen haben alle zwei Seelen Zwei Wesen in sich In ihnen ist göttliches und teuflisches Ist mütterliches und väterliches Blut Ist Glücksfähigkeit und Leidensfähigkeit Ebenso feindlich und verworren Neben und ineinander vorhanden Wie Wolf und Mensch in Harries waren Und diese Menschen Deren Leben ein sehr unruhiges ist Erleben zuweilen In ihren seltenen Glücksaugenblicken So starkes und unnennbar Schönes Der Schaum des Augenblicks Glückes Spritz zu weilen so hoch und blendend Über das Meer des Leides hinaus Dass dies kurze aufleuchtende Glück Ausstrahlend auch andere Berührt und bezaubert So entstehen als kostbarer flüchtiger Glücksschaum über dem Meer des Leides Alle jene Kunstwerke In welchen ein einzelner leidender Mensch Sich für eine Stunde so hoch Über sein eigenes Schicksal erhob Dass ein Glück wie ein Stern strahlt Und allen denen, die es sehen Wie etwas Ewiges Und wie ihr eigener Glückstraum erscheint Alle diese Menschen Mögen ihre Taten und Werke heißen Wie sie wollen Haben eigentlich überhaupt kein Leben Das heißt, ihr Leben ist kein Sein Hat keine Gestalt Sie sind nicht Helden oder Künstler Oder Denker in der Art Wie andere Richter, Ärzte, Schuhmacher Oder Lehrer sind Sondern ihr Leben ist eine ewige Leidvolle Bewegung und Brandung Ist unglücklich und schmerzvoll zerrissen Und ist schauerlich und sinnlos Sobald man den Sinn nicht In eben jenen seltenen Erlebnissen Taten, Gedanken und Werken Zu sehen bereit ist Die über dem Chaos Eines solchen Lebens aufstrahlen Unter den Menschen dieser Art Ist der gefährliche und schreckliche Gedanke entstanden Dass vielleicht das ganze Menschenleben Nur ein arger Irrtum Eine heftige und missglückte Fehlgeburt der Urmutter Ein wilder und grausig Fehlgeschlagener Versuch Der Natur sei Unter ihnen ist aber auch Der andere Gedanke entstanden Dass der Mensch Vielleicht nicht bloß Ein halbwegs vernünftiges Tier Sondern ein Götterkind Und zur Unsterblichkeit Bestimmt sei Jede Menschenart Hat ihre Kennzeichen Ihre Signaturen Hat ihre Tugenden und Laster Jede ihre Todsünde Es gehörte zu den Zeichen Des Steppenwolfes Dass er ein Abendmensch war Der Morgen war für ihn Eine schlimme Tageszeit Die er fürchtete Und die ihm niemals Gutes gebracht hat Nie ist er an irgendeinem Morgen seines Lebens Richtig froh gewesen Nie hat er in den Stunden Vormittag Gutes getan Gute Einfälle gehabt Sich und anderen Freude bereiten können Erst im Laufe des Nachmittags Wurde er langsam warm und lebendig Und erst gegen Abend Wurde er an seinen guten Tagen Fruchtbar, regsam und zuweilen Glühend und freudig Damit hing auch sein Bedürfnis Nach Einsamkeit Und nach Unabhängigkeit zusammen Nie hat ein Mensch Ein tieferes, leidenschaftlicheres Bedürfnis Nach Unabhängigkeit gehabt Als er In seiner Jugendzeit Als er noch arm war Und Mühe hatte Sein Brot zu verdienen Zog er es vor Zu hungern Und in zerrissenen Kleidern zu gehen Nur um dafür Ein Stückchen Unabhängigkeit Zu retten Er hat sich nie Für Geld und Wohlleben Nie an Frauen Oder an Mächtige verkauft Und hat hundertmal das Was in aller Weltaugen Sein Vorteil und Glück war Weggeworfen und ausgeschlagen Um dafür Seine Freiheit zu bewahren Keine Vorstellung War ihm verhasster Und grauenhafter Als die Dass ein Amt ausüben Eine Tages- und Jahreseinteilung Innehalten Anderen gehorchen müsste Ein Büro Eine Kanzlei Eine Amtsstube Das war ihm verhasst Wie der Tod Und das Entsetzlichste Was er im Traum erleben konnte War die Gefangenschaft In einer Kaserne All diesen Verhältnissen Wusste er sich zu entziehen Oft unter großen Opfern Hierin lag seine Stärke Und Tugend Hier war er unbeugsam Und unbestechlich Hier war sein Charakter Fest und geradlinig Allein mit dieser Tugend Hing wieder sein Leid Und Schicksal Aufs engste zusammen Es ging ihm Wie es allen ergeht Was er aus einem Innersten Trieb seines Wesens Aufs Hartnäckigste Sucht und anstrebte Das war dem Zuteil Aber mehr Als für Menschen gut ist Es wurde anfänglich Sein Traum und Glück Dann sein bitterer Schicksal Der Machtmensch Geht an der Macht zugrunde Der Geldmensch Am Geld Der Unterwürfige Am Dienen Der Lustsucher An der Lust Und so ging der Steppenwolf An seiner Unabhängigkeit zugrunde Er erreichte sein Ziel Er wurde immer unabhängiger Niemand hat ihm zu befehlen Nach niemandem Hat er sich zu richten Frei und allein Bestimmt er über sein Tun Und Lassen Denn jeder starke Mensch Erreicht unfehlbar das Was ein wirklicher Trieb Ihn suchen heißt Aber mitten in der Erreichten Freiheit Nahm Harry plötzlich war Dass seine Freiheit Ein Tod war Dass er allein stand Dass die Welt Ihn auf eine unheimliche Weise In Ruhe ließ Dass die Menschen Ihn nichts mehr angingen Ja, er selbst sich nicht Dass er in einer Immer dünnern Dünner werdenden Luft Von Beziehungslosigkeit Und Vereinsamung Langsam erstickte Denn nun stand es so Dass allein sein Und Unabhängigkeit Nicht mehr sein Wunsch Und Ziel war Sondern sein Los Seine Verurteilung Dass der Zauberwunsch getan Und nicht mehr Zurückzunehmen war Dass es nichts mehr half Wenn er voll Sehnsucht Und guten Willens Die Arme ausstreckte Und zu Bindung Und Gemeinsamkeit bereit war Man ließ ihn jetzt allein Dabei war er nicht etwa verhasst Und den Menschen zuwider Im Gegenteil Er hatte sehr viele Freunde Viele hatten ihn gern Aber es war immer nur Sympathie und Freundlichkeit Was er fand Man lud ihn ein Man beschenkte ihn Schrieb ihm nette Briefe Aber nah an ihn heran Kam niemand Bindung entstand nirgends Sein Leben zu teilen Er war niemand Welche sich wirklich umbringen Unter diesen sind sogar viele Die nur gewissermaßen Aus Zufall Selbstmörder werden Zu deren Wesen Das Selbstmördertum Nicht notwendig gehört Unter den Menschen Ohne Persönlichkeit Ohne starke Prägung Ohne starke Schicksal Unter den Dutzend Und Herden Menschen Sind manche Die durch Selbstmord Umkommen Ohne darum In ihrer ganzen Signatur Und Prägung Dem Typus Der Selbstmörder Anzugehören Während wiederum Von jenen Welche dem Wesen nach Zu den Selbstmördern zählen Sehr viele Vielleicht die meisten Niemals tatsächlich Hand an sich legen Der Selbstmörder Und Harry war einer Braucht nicht notwendig In einem besonders Starken Verhältnis Zum Tode zu leben Dies kann man tun Auch ohne Selbstmörder zu sein Aber dem Selbstmörder Ist es eigentümlich Dass er sein Ich Einerlei Ob mit Recht Oder Unrecht Als einem besonders Gefährlichen Zweifelhaften Und gefährdeten Keim der Natur Empfindet Dass er sich stets Außerordentlich Exponiert Und gefährdet Vorkommt So als stünde Auf aller schmalster Felsenspitze Wo ein kleiner Stoß Von außen Oder eine winzige Schwäche von innen Genügt Um ihn ins Leere Fallen zu lassen Diese Art von Menschen Ist in ihrer Schicksalslinie Dadurch gekennzeichnet Dass der Selbstmord Für sie die wahrscheinlichste Todesart ist Wenigstens in ihrer eigenen Vorstellung Voraussetzung dieser Stimmung Welche fast immer schon In früher Jugend Sichtbar wird Und diese Menschen Ihr Leben lang begleitet Ist nicht etwa Ist nicht etwa eine Besonders schwache Lebenskraft Man findet im Gegenteil Unter den Selbstmördern Außerordentlich zähe Begehrliche Und auch kühne Naturen Aber so wie es Naturen gibt Die bei der kleinsten Erkrankung Zu Fieber neigen So neigen diese Naturen Die wir Selbstmörder heißen Und die stets sehr empfindlich Und sensibel sind Bei der kleinsten Erschütterung Dazu Sich intensiv Der Vorstellung Des Selbstmordes Hinzugeben Hätten wir eine Wissenschaft Die den Mut Und die Verantwortungskraft besäße Sich mit dem Menschen Zu beschäftigen Statt bloß mit den Mechanismen Der Lebenserscheinungen Hätten wir etwas Wie eine Anthropologie Etwas wie eine Psychologie So wären diese Tatsachen Jedem bekannt Was wir hier Über die Selbstmörder sagen Bezieht sich alles Selbstverständlich Nur auf die Oberfläche Es ist Psychologie Also ein Stück Physik Metaphysisch betrachtet Sieht die Sache anders Und viel klarer aus Denn bei solcher Betrachtung Stellen die Selbstmörder Sich uns dar Als die vom Schuldgefühl Der Individuation Betroffenen Als jene Seelen Welchen nicht mehr Die Vollendung und Ausgestaltung Ihrer Selbst Als Lebensziel erscheint Sondern ihre Auflösung Zurück zur Mutter Zurück zu Gott Zurück ins All Von diesen Naturen Sind sehr viele Vollkommen unfähig Jemals den realen Selbstmord Zu begehen Weil sie dessen Sünde Tief erkannt haben Für uns sind sie Dennoch Selbstmörder Denn sie sehen im Tod Nicht im Leben Den Erlöser Sie sind bereit Sich wegzuwerfen Und hinzugeben Auszulöschen Und zum Anfang Zurückzukehren Wie jede Kraft Auch zu einer Schwäche Werden kann Ja unter Umständen Werden muss So kann umgekehrt Der typische Selbstmörder Aus seiner anscheinenden Schwäche Oft eine Kraft Und eine Stütze machen Ja tut es Außerordentlich häufig Zu diesen Fällen Gehört auch Der Harris Des Steppenwolfes Wie tausende Von seinesgleichen Macht er aus der Vorstellung Dass ihm zu jeder Stunde Der Weg in den Tod Offenstehe Nicht bloß Ein jugendlich-melancholisches Fantasiespiel Sondern baute sich Aus eben Diesem Gedanken Einen Trost Und eine Stütze Zwar rief in ihm Wie in allen Menschen Seiner Art Jede Erschütterung Jeder Schmerz Jede üble Lebenslage Sofort den Wunsch Schwach Sich durch den Tod Zu entziehen Allmählich aber Schuf er sich Aus dieser Neigung Gerade eine Dem Leben Dienliche Philosophie Die Vertrautheit Mit dem Gedanken Dass jener Notausgang Beständig offen stehe Gab ihm Kraft Macht ihn neugierig Auf das Auskosten Von Schmerzen Und üblen Zuständen Und wenn es ihm Recht Elend ging Konnte er zuweilen Mit grimmiger Freude Einer Art Schadenfreude Empfinden Ich bin doch Neugierig zu sehen Wie viel eigentlich Ein Mensch Auszuhalten vermag Ist die Grenze Des noch Erträglichen Erreicht Dann brauche ich ja bloß Die Tür zu öffnen Und bin entronnen Es gibt sehr viele Selbstmörder Den aus diesem Gedanken Ungewöhnliche Kräfte kommen Andererseits Ist allen Selbstmördern Auch der Kampf Gegen die Versuchung Zum Selbstmord Vertraut Jeder weiß In irgendeinem Winkel Seiner Seele Recht wohl Dass Selbstmord Zwar ein Ausweg Aber doch nur Ein etwas schäbiger Und illegitimer Notausgang ist Dass es im Grunde Edler und schöner ist Sich vom Leben Selbst besiegen Und hinstrecken zu lassen Als von der eigenen Hand Dies Wissen Die schlechte Gewissen Dessen Quelle dieselbe ist Wie etwa Für das böse Gewissen Der sogenannten Selbstbefriediger Veranlasst die meisten Selbstmörder Zu einem dauernden Kampf Gegen ihre Versuchung Sie kämpfen Wie der Kleptomane Gegen seinen Laster kämpft Auch dem Steppenwolf War dieser Kampf Wohlbekannt Mit vielerlei Wechselnden Waffen Hat er ihn gestritten Schließlich kam Er im Alter Von etwa 47 Jahren Auf einen glücklichen Und nicht humorlosen Einfall Der ihm oft Freude Machte Er setzte seinen Fünfzigsten Geburtstag Als den Tag fest An welchem er sich Den Selbstmord Erlauben wolle An diesem Tag So vereinbarte Er mit sich selber Sollte es ihm Freistehen Den Notausgang Zu benutzen Oder nicht Je nach der Laune Des Tages Mocht ihm nun geschehen Was da wollte Mocht er krank werden Verarmen Leid und Bitternis Erfahren Alles war befristet Alles konnte allerhöchstens Nur diese wenigen Jahre Monate Tage Andauern Deren Zahl täglich Kleiner wurde Und in der Tat Er trug er manches Ungemach Jetzt viel leichter Dass ihn früher Tief und länger Gequält Ja vielleicht Bis zur Wurzel Erschüttert hätte Wenn es ihm Aus irgendwelchem Grunde Besonders schlecht ging Wenn zur Verödung Vereinsamung Und Verwilderung Seines Lebens Noch besondere Schmerzen Oder Verluste Hinzu kamen Dann konnte er Zu den Schmerzen Sagen Wartet nur Noch zwei Jahre Dann bin ich Euer Herr Dann vertieft er sich Mit Liebe In die Vorstellung Wie an seinem Fünfzigsten Geburtstag Morgens Die Brief Und Gratulationen Ankommen würden Während er Seines Rasiermessers Sicher Abschied Von allen Schmerzen Nahm Und die Tür Hinter sich Zuzog Dann konnte die Gicht In den Knochen Dann konnten Schwermut Kopfschmerz Und Magenweh Sehen Wo sie blieben Es erübrigt noch Das Einzelfänomen Des Steppenwolfes Und namentlich Sein eigentümliches Verhältnis zum Bürgertum Dadurch zu erklären Dass wir diese Erscheinungen Auf ihre Grundgesetze Zurückführen Nehmen wir Da dies sich von selbst Anbietet Eben jenes Sein Verhältnis Zum Bürgerlichen Zum Ausgangspunkt Der Steppenwolf Stand seiner eigenen Auffassung zufolge Gänzlich außerhalb Der bürgerlichen Welt Da er weder Familienleben Noch sozialen Ehrgeiz kannte Er fühlte sich durchaus Als Einzelnen Als Sonderling Bald Und krankhaften Einsiedler Bald auch als übernormal Als ein geniemäßig veranlachtes Über die kleinen Normen Des Durchschnittslebens Erhabenes Individuum Mit Bewusstsein Verachtete er den Bourgeois Und war stolz darauf Keiner zu sein Dennoch lebte er in mancher Hinsicht Ganz und gar bürgerlich Er hatte Geld auf der Bank Und unterstützte arme Verwandte Er kleidete sich zwar sorglos Doch anständig und unauffällig Er suchte mit der Polizei Dem Steueramt und ähnlichen Mächten In gutem Frieden zu leben Außerdem aber zog ihn Eine starke heimliche Sehnsucht Beständig zur bürgerlichen Kleinwelt Zu den stillen Anständigen Familienhäusern Mit sauberen Gärtchen Blank gehaltenen Treppenhaus Und ihrer ganzen bescheidenen Atmosphäre Von Ordnung und Wohlanständigkeit Es gefiel ihm Seine kleinen Lasten Und Extravaganzen zu haben Sich als außerbürgerlich Als Sonderling oder Genie zu fühlen Doch hauste und lebte er Um es so auszudrücken Niemals in den Provinzen des Lebens Wo keine Bürgerlichkeit mehr existiert Er war weder in der Luft Der Gewalt- und Ausnahmemenschen zu Hause Noch bei den Verbrechern Oder Entrechteten Sondern blieb immer in der Provinz Der Bürger wohnen Zu deren Gewohnheiten, zu deren Norm Und Atmosphäre Er stets in Beziehung stand Sei es auch in der des Gegensatzes Und der Revolte Außerdem war er in kleinbürgerlicher Erziehung Aufgewachsen Und hatte von dort her Eine Menge von Begriffen Und Schablonen beibehalten Er hatte theoretisch Nicht das Mindeste Gegen das Dirnentum Wäre aber unfähig gewesen Persönlich eine Dirne ernst zu nehmen Und wirklich als seinesgleichen zu betrachten Den politischen Verbrecher Den Revolutionär Oder den geistigen Verführer Den Staat und Gesellschaft ächteten Vermocht er als seinen Bruder zu lieben Aber mit einem Dieb Einbrecher, Lustmörder Hätte er nichts anzufangen gewusst Als sie auf eine ziemlich bürgerliche Art Zu bedauern Auf diese Weise Anerkannt und bejaht Er stets mit der einen Hälfte Seines Wesens und Tuns Das, was er mit der anderen Bekämpft und verneinte In einem kultivierten Bürgerhause Aufgewachsen, in fester Form und Sitte War mit einem Teil seiner Seele Stets an den Ordnungen dieser Welt Hängen geblieben Auch nachdem er sich längst Über das im Bürgerlichen Mögliche Maß hinaus Individualisiert Und sich vom Inhalt Bürgerlichen Ideals und Glaubens Längst befreit hatte Das Bürgerliche nun Als ein stets vorhandener Zustand Des Menschlichen Ist nichts anderes Als der Versuch eines Ausgleiches Als das Streben Nach einer ausgeglichenen Mitte Zwischen den zahllosen Extremen Und Gegensatzpaaren Menschlichen Verhaltens Nehmen wir irgendeines dieser Gegensatzpaare als Beispiel Etwa das des Heiligen Und des Wüstlings So wird unser Gleichnis Als bald verständlich werden Der Mensch hat die Möglichkeit Sich ganz und gar Dem Geistigen Dem Annäherungsversuch Ans Göttliche hinzugeben Dem Ideal des Heiligen Er hat umgekehrt Auch die Möglichkeit Sich ganz und gar Dem Triebleben Dem Verlangen seiner Sinne Hinzugeben Und sein ganzes Streben Auf den Gewinn Von augenblicklicher Lust Zu richten Der eine Weg Führt zum Heiligen Zum Märtyrer des Geistes Zur Selbstaufgabe an Gott Der andere Weg Führt zum Wüstling Zum Märtyrer der Triebe Zur Selbstaufgabe An die Verwesung Zwischen beiden nun Versucht in temperierter Mitte Der Bürger zu leben Nie wird er sich aufgeben Sich hingeben Weder dem Rausch Noch der Askese Nie wird er Märtyrer sein Nie in seine Vernichtung willigen Im Gegenteil Sein Ideal ist nicht Hingabe Sondern Erhaltung des Ichs Sein Streben gilt Weder der Heiligkeit Noch deren Gegenteil Unbedingtheit Ist ihm unerträglich Er will zwar Gott dienen Aber auch dem Rausche Will zwar tugendhaft sein Es aber auch ein bisschen Gut und bequem Auf Erden haben Kurz Er versucht es In der Mitte Zwischen den Extremen Sich anzusiedeln In einer gemäßigten Und bekömmlichen Zone Ohne heftige Stürme Und Gewitter Und dies gelingt ihm auch Behagen Statt Freiheit Bequemlichkeit Statt tödlicher Glut Eine angenehme Temperatur Der Bürger ist deshalb Seinem Wesen nach Ein Geschöpf von schwachem Lebensantrieb Ängstlich Jede Preisgabe seiner selbst fürchtend Leicht zu regieren Er hat darum anstelle der Macht Die Majorität gesetzt Anstelle der Gewalt Das Gesetz Anstelle der Verantwortung Das Abstimmungsverfahren Es ist klar Dass die schwach Und ängstliche Wesen Existiertes auch In noch so großer Anzahl Sich nicht halten kann Dass es Vermöge Seiner Eigenschaften In der Welt Keine andere Rolle Spielen könnte Als die einer Lämmerherde Zwischen freischweifenden Wölfen Dennoch sehen wir Dass zwar in Zeiten Des Regiments Sehr starker Naturen Der Bürger sofort An die Wand gedrückt wird Dass er aber niemals untergeht Zu Zeiten sogar Anscheinend die Welt Beherrscht Wie ist das möglich? Weder die große Zahl Seiner Herde Noch die Tugend Noch der Common Sense Noch die Organisation Wären stark genug Ihn vor dem Untergang Zu retten Wessen Lebensintensität Von vornherein So sehr geschwächt ist Den kann keine Medizin Der Welt am Leben erhalten Und dennoch Lebt das Bürgertum Ist stark und gedeiht Warum? Die Antwort lautet Wegen der Steppenwölfe In der Tat Beruht die vitale Kraft Des Bürgertums Keineswegs auf den Eigenschaften Seiner normalen Mitglieder Sondern auf denen Der außerordentlich Zahlreichen Outsiders Die es infolge Der Verschwommenheit Und Dehnbarkeit Seiner Ideale Mit zum Schließen Vermag Es lebt im Bürgertum Stets eine große Menge Von starken Und wilden Naturen mit Unser Steppenwolf Harry ist ein Charakteristisches Beispiel Er der weit über das Dem Bürger mögliche Maß hinaus Zum Individuum entwickelt ist Er der die Wonne Der Meditation Ebenso wie die düsteren Freuden des Hasses Und Selbsthasses kennt Er der das Gesetz Die Tugend Und den Common Sense Verachtet Ist dennoch Ein Zwangshäftling Des Bürgertums Und kann ihm Nicht entrinnen Und so lagen Um die eigentliche Masse des echten Bürgertums Weite Schichten Der Menschheit Viele Tausende Von Leben und Intelligenzen Deren jede dem Bürgertum Zwar entwachsen Und für ein Leben Im Unbedingten Berufen wäre Deren jede aber Durch infantile Gefühle Der Bürgerlichkeit Anhängend Und von ihrer Schwächung Der Lebensintensität Ein Stück weit Angesteckt Dennoch Irgendwie Im Bürgertum Verharrt Ihm irgendwie Hörig Verpflichtet Und dienstbar Bleibt Denn dem Bürgertum Gilt der umgekehrte Grundsatz der Großen Wer nicht wieder mich ist Der ist für mich Prüfen wir daraufhin Die Seele des Steppenwolfes So stellt er sich Da als ein Mensch Den schon Sein hoher Grad Von Individuation Zum Nichtbürger Bestimmt Denn alle hochgetriebene Individuation Kehrt sich gegen das Ich Und neigt wieder Zu dessen Zerstörung Wir sehen Dass er sowohl Nach dem Heiligen Wie nach dem Wüstlingen Starke Antriebe In sich hat Jedoch aus irgendeiner Schwächung Oder Trägheit heraus Den Schwung In den freien Wilden Weltraum Nicht nehmen konnte Und an das Schwere Mütterliche Gestirn Des Bürgertums Gebannt bleibt Dies ist seine Lage Im Raum der Welt Dies seine Gebundenheit Die allermeisten Intellektuellen Der größte Teil Der Künstlermenschen Gehört demselben Typus an Nur die Stärksten In dessen Hölle In dessen Hölle Die friedlosen Die friedlosen Steppenwölfe Diese beständig Ist ihn zu verstehen In seiner imaginären Sphäre wird das verzwickte Menschenwesens Auf dem es an Gaben Würden fruchtbar Sein Verhältnis Zur Bürgerwelt Wird sich ihm Keinen Steppenwolf Mehr gäbe Oder sie würden Unter dem aufgehenden Lichte des Humors Eine Vernunft Ehe schließen Möglich, dass Harry Eines Tages Vor diese letzte Möglichkeit Geführt wird Möglich, dass er Eines Tages Sicher kennenlernt Sei es, dass er Einen unserer kleinen Spiegel in die Hand Bekommt Sei es, dass er Den Unsterblichen Begegne Oder vielleicht In einem unserer Magischen Theater Dasjenige finde Wessen er zur Befreiung seiner Verwahrlosten Seele Bedarf Tausend solche Möglichkeiten Warten auf ihn Sein Schicksal Zieht sie Unwiderstehlich an Alle diese Außenseite des Bürgertums Leben in der Atmosphäre Dieser magischen Möglichkeiten Ein Nichts Genügt Und der Blitz Schlägt ein Und dies Alles ist Dem Steppenwolf Auch wenn er Niemals diesen Abriss seiner Inneren Biografie Zu Gesicht bekommt Sehr wohl Bekannt Er ahnt Seine Stellung Im Weltgebäude Er ahnt Und kennt Die Unsterblichen Er ahnt Und fürchtet Die Möglichkeit Einer Selbstbegegnung Er weiß Vom Vorhandensein Ein verständiger Autor Sollte es nicht Unterlassen Am Schluss Eine Darstellung Diese Lügen Nach Möglichkeit Mythologie zu machen sucht Von Wildheit Von Wildheit Grausamkeit Von Nichtsublimierter Rohernatur Trotz dieser Scheinbar so klaren Einteilung Seines Wesens In zwei Sphären Die einander Feindlich sind Hat er es aber Je und je erlebt Dass Wolf und Mensch Sich für eine Weile Für einen glücklichen Augenblick Miteinander vertrugen Wollte Harry In jedem einzelnen Moment seines Lebens In jeder seiner Taten In jeder seiner Empfindungen Festzustellen Versuchen Welchen Anteil daran Der Mensch Welchen Anteil Der Wolf Habe So käme er Sofort in die Klemme Und seine ganze Hübsche Wolf-Theorie Ginge in die Brüche Denn kein einziger Mensch Auch nicht der Primitive Neger Auch nicht der Idiot Ist so angenehm Einfach Dass sein Wesen Sich als eine Summe Von nur Zweien Oder dreien Hauptelementen Erklären ließe Und gar einen So sehr Differenzierten Menschen wie Harry Mit den naiven Einteilungen Wolf und Mensch Zu erklären Ist ein Hoffnungslos Kindlicher Versuch Harry besteht Nicht aus zwei Wesen Sondern aus Hundert Aus Tausenden Sein Leben Schwingt wie Jedes Menschenleben Nicht bloß Zwischen zwei Polen Etwa dem Trieb Und dem Geist Oder dem Heiligen Und dem Wüstling Sondern es schwingt Zwischen Tausenden Zwischen unzählbaren Polpaaren Dass ein so unterrichteter Und kluger Mensch Wie Harry Sich für einen Steppenwolf halten kann Dass er das reiche Und komplizierte Gebilde seines Lebens In einer so schlichen So brutalen So primitiven Formel glaubt Unterbringen zu können Darf uns nicht In Verwunderung setzen Der Mensch ist Des Denkens Nicht in hohem Maße Fähig Und auch noch Der geistigste Und gebildetste Mensch sieht die Welt Und sich selbst Beständig durch die Brille Sehr naiver Vereinfachender Und umlügender Formeln an Am meisten aber sich selbst Denn es ist ein Wie es scheint Völlig eingeborenes Und völlig zwanghaft Wirkendes Bedürfnis Aller Menschen Dass jeder sein Ich Als eine Einheit Sich vorstelle Mag dieser Wahn Noch so oft Noch so schwer Erschüttert werden Er heilt stets Wozu Dinge aussprechen Von Stufen Körper ist jeder Mensch Ein Widersprache Der uns jede einzelne Person Erschüttert ist Dass wir irren Wenn wir auf unsere großen Dramatiker Die herrlichen Uns aber nicht eingeborenen Sondern bloß aufgeschwatzten Schönheitsbegriffe der Antike Anwenden Welche überall vom sichtbaren Leibe ausgehend Recht eigentlich die Fiktion Vom Ich Von der Person Erfunden hat In den Dichtungen Des alten Indien Ist dieser Begriff Ganz unbekannt Die Helden Der indischen Epen Sind nicht Personen Sondern Personen Knäuel Inkarnationsreihen Und in unserer modernen Welt Gibt es Dichtungen In denen hinter dem Schleier Des Personen- und Charakterspiels Dem Autor wohl kaum ganz bewusst Eine Seelenvielfalt Darzustellen versucht wird Wer dies erkennen will Der muss sich entschließen Einmal die Figuren Einer solchen Dichtung Nicht als Einzelwesen anzusehen Sondern als Teile Als Seiten Als verschiedene Aspekte Einer höheren Einheit Meinetwegen der Dichterseele Wer etwa den Faust Auf diese Art betrachtet Für den wird aus Faust Mephisto Wagner und allen anderen Eine Einheit Eine Überperson Und er ist in dieser höheren Einheit Nicht in den Einzelfiguren Ist etwas vom wahren Wesen der Seele Angedeutet Wenn Faust Den unter den Schullehrern Berühmten Vom Philister Mit Schauer bewunderten Spruch sagt Zwei Seelen wohnen Ach in meiner Brust Dann vergisst er den Mephisto Und eine ganze Menge Anderer Seelen Die er ebenfalls In seiner Brust hat Auch unser Steppenwolf Glaubt ja Zwei Seelen Wolf und Mensch In seiner Brust zu tragen Und findet seine Brust Dadurch schon arg beengt Die Brust Der Leib Ist eben immer eines Der darin wohnenden Seelen Aber sind nicht zwei Oder fünf Sondern unzählige Der Mensch ist Eine aus hundert Schalen Bestehende Zwiebel Ein aus vielen Fäden Bestehendes Gewebe Erkannt und genau Gewusst haben Dies die alten Asiaten Und im buddhistischen Yoga Ist eine genaue Technik Dafür erfunden Den Wahn der Persönlichkeit Zu entlarven Lustig und vielfältig Ist das Spiel Der Menschheit Der Wahn Zu dessen Entlarvung Indien tausend Jahre lang Sich so sehr angestrengt hat Ist derselbe Zu dessen Stützung Und Stärkung Der Okzident Sich ebenso viele Mühe Gegeben hat Betrachten wir Von diesem Standpunkt Aus den Steppenwolf So wird uns klar Warum er so sehr Unter seiner lächerlichen Zweiheit leidet Er glaubt wie Faust Dass zwei Seelen Für eine einzige Brust Schon zu viel seien Und die Brust Zerreißen müssten Sie sind aber im Gegenteil Viel zu wenig Und Harry vergewaltigt Seine arme Seele Furchtbar Wenn er sie In einem so primitiven Bilde zu begreifen Sucht Harry verfährt Obwohl er ein Hochgebildeter Mensch Ist etwa wie ein Wilder Der nicht über zwei Hinauszählen kann Er nennt ein Stück Von sich Mensch Das andere Wolf Und damit glaubt er Schon am Ende zu sein Und sich erschöpft Zu haben In den Menschen Packt er alles Geistige Sublimierte Oder doch Kultivierte hinein Das er in sich Vorfindet Und in den Wolf Alles triebhafte Wilde Und chaotische Aber so simpel Wie in unseren Gedanken So grob Wie in unserer Armen Idiotensprache Geht es im Leben Nicht zu Und Harry Belügt sich doppelt Wenn er diese Negerhafte Wolfsmethode Anwendet Harry rechnet So fürchten wir Ganze Provinzen Seiner Seele Schon zum Menschen Die noch lange Nicht Mensch sind Und rechnet Teile Seines Wesens Zum Wolfe Die längst Über den Wolf Hinaus sind Alle Menschen So glaubt auch Harry recht wohl Zu wissen Was der Mensch sei Und weiß es doch Durchaus nicht Ob schon er es In Träumen Und anderen Schwer kontrollierbaren Bewusstseinszuständen Nicht selten ahnt Möchte er diese Ahnungen nicht vergessen Möchte er sie sich Doch möglichst zu eigen Machen Der Mensch ist ja Keine feste und Dauernde Gestaltung Dies war trotz Entgegengesetzter Ahnung In ihrer Weisen Das Ideal der Antike Er ist vielmehr Ein Versuch Und Übergang Er ist nichts anderes Als die schmale Gefährliche Brücke Zwischen Natur Und Geist Nach dem Geiste hin Zu Gott hin Treibt ihn Die innerste Bestimmung Nach der Natur Zur Mutter Zurück Zieht ihn Die innigste Sehnsucht Zwischen beiden Mächten Schwankt angstvoll Bebend sein Leben Was die Menschen Jeweils unter dem Begriff Mensch verstehen Ist stets nur eine Vergängliche Bürgerliche Übereinkunft Gewisse roheste Triebe Werden von dieser Konvention abgelehnt Und verpönt Ein Stück Bewusstsein Gesittung Und Entbestialisierung Wird verlangt Ein klein wenig Geist Ist nicht nur erlaubt Sondern wird sogar gefordert Der Mensch dieser Konvention Ist wie jedes Bürgerideal Ein Kompromiss Ein schüchterner Und naiv schlauer Versuch Sowohl die böse Urmutter Natur Wie den lästigen Urvater Geist Um ihre heftigen Forderungen Zu prellen Und in lauer Mitte Zwischen ihnen zu wohnen Darum erlaubt und duldet der Bürger Das, was er Persönlichkeit nennt Liefert die Persönlichkeit Aber gleichzeitig Jenem Moloch Staat aus Und spielt beständig Die beiden gegeneinander aus Darum verbrennt der Bürger Heute den als Ketzer Hängt den als Verbrecher Dem er übermorgen Denkmäler setzt Dass der Mensch Nicht schon Erschaffenes sei Sondern eine Forderung des Geistes Eine ferne ebenso ersehnte Wie gefürchtete Möglichkeit Und dass der Weg dahin Immer nur ein kleines Stückchen weit Und unter furchtbaren Qualen Und Ekstasen zurückgelegt wird Eben von jenen seltenen Einzelnen Denen heute das Schafott Morgen das Ehrendenkmal bereitet wird Dies Ahnen lebt auch im Steppenwolf Was er aber im Gegensatz zu seinem Wolf In sich Mensch nennt Das ist zum großen Teil nichts anderes Als eben jener mediocre Mensch Der Bürgerkonvention Den Weg zum wahren Menschen Den Weg zu den Unsterblichen Kann Harry zwar recht wohl ahnen Geht ihn auch hier und da Ein winziges, zögerndes Stückchen weit Und bezahlt das mit schweren Leiden Mit schmerzlicher Vereinsamung Aber jene höchste Forderung Jene echte vom Geist gesuchte Menschwerdung zu bejahen Und anzustreben Den einzigen schmalen Weg Zur Unsterblichkeit zu gehen Davor scheut er sich doch In tiefster Seele Er fühlt recht wohl Das führt zu noch größeren Leiden Zur Ächtung Zum letzten Verzicht Vielleicht zum Schafott Wenn er am Ende dieses Weges Unsterblichkeit lockt So ist er doch nicht gewillt All diese Leiden zu leiden All diese Tode zu sterben Obwohl ihm vom Ziel der Menschwerdung Mehr bewusst ist als den Bürgern Macht er doch die Augen zu Und will nicht wissen Dass das Verzweifelte hängen am Ich Das Verzweifelte nicht sterben wollen Der sicherste Weg zum ewigen Tode ist Während sterben können Hüllen abstreifen Ewige Hingabe des Ichs An die Wandlung Zur Unsterblichkeit führt Wenn er seine Lieblinge Unter den Unsterblichen anbetet Etwa Mozart So sieht er ihn letzten Endes Doch immer noch Mit Bürgeraugen an Und ist geneigt Mozarts Vollendung Recht wie ein Schullehrer Bloß aus seiner hohen Spezialistenbegabung Zu erklären Statt aus der Größe seiner Hingabe Und Leidensbereitschaft Seiner Gleichgültigkeit Gegen die Ideale der Bürger Und dem Erdulden Jener äußersten Vereinsamung Die um den Leidenden Den Menschwerdenden Alle Bürgeratmosphäre Zu eisigem Weltäther verdünnt Jener Vereinsamung Im Garten geht's immer nie Immerhin hat unser Steppenwolf Wenigstens die faustische Zweiheit In sich entdeckt Er hat herausgefunden Dass der Einheit seines Leibes Nicht eine Seeleneinheit inne wohnt Sondern dass er bestenfalls Nur auf dem Wege In langer Pilgerschaft Zum Ideal dieser Harmonie Begriffen ist Er möchte entweder Den Wolf in sich überwinden Und ganz Mensch werden Oder aber auf den Menschen verzichten Und wenigstens als Wolf Ein einheitliches Unzerrissenes Leben leben Vermutlich hat er nie Einen wirklichen Wolf Genau beobachtet Er hätte dann vielleicht gesehen Dass auch die Tiere Keine einheitliche Seele haben Dass auch bei ihnen Hinter der schönen Straffen Form des Leibes Eine Vielfalt von Strebungen Und Zuständen wohnt Dass auch der Wolf Abgründe in sich hat Dass auch der Wolf Leidet Nein, mit dem Zurück zur Natur Geht der Mensch stets Einen leidvollen Und hoffnungslosen Irrweg Harry kann niemals Wieder ganz zum Wolfe werden Und würde es so sehr er Dass auch der Wolf Wieder nichts Einfaches Und Anfängliches ist Sondern schon etwas Sehr Vielfaches Und Kompliziertes Auch der Wolf Hat zwei oder mehr Als zwei Seelen In seiner Wolfsbrust Und wer ein Wolf Zu sein begehrt Begeht dieselbe Vergesslichkeit Wie der Mann Mit jenem Liede O selig Ein Kind noch zu sein Der sympathische Aber sentimentale Mann Der das Lied Vom seligen Kinde singt Möchte ebenfalls Zur Natur Zur Unschuld Zu den Anfängen Zurück Und hat ganz vergessen Dass die Kinder Keineswegs selig sind Dass sie vieler Konflikte Dass sie vieler Zwiespältigkeiten Dass sie aller Leiden Fähig sind Zurück führt überhaupt Kein Weg Nicht zum Wolf Noch zum Kinde Am Anfang der Dinge Ist nicht Unschuld Und Einfalt Alles Erschaffene Auch das scheinbar Einfachste Ist schon schuldig Ist schon vielspältig Ist in den schmutzigen Strom Des Werdens geworfen Du wirst deine Zweiheit Noch oft vervielfachen Deine Kompliziertheit Noch viel weiter Millionen auf den Straßen Die Zeitungen Die Zeitungen meinen Ein Mensch Wer doch ein Künstler Wolfsmärchen Ausreißen Der Herr zu werden Dem Wölfischen zuschreibt Wir nehmen Abschied Von Harry Wir lassen ihn Seinen Weg Allein weitergehen Wäre er schon Bei den Unsterblichen Wäre er schon dort Wohin sein schwerer Weg Zu zielen scheint Wie würde er diesem Hin und her Diesem wilden Unentschlossenen Zickzack seiner Bahn Verwundert zuschauen Wie würde er Diesem Steppenwolver Munternd, tadelnd Mitleidig, belustigt Zu lächeln